Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Geldschau und heute geht es wieder mal, Sie sehen es, ich bin heute alleine im Studio um ein paar spannende Zitate rund um das Thema Geld und wie soll ich sagen, in meinem Buch hier Geheimnis vom Volkshochschüler zum Millionär, ist auch eine kleine Checkliste, wonach Sie Ihren Berater aussuchen können und sollten und das Buch können Sie aktuell bei Amazon für 89 beziehungsweise 99 Cent bestellen, Link ist hier unten eingeblendet, aber das Spannende ist, es gibt ein tolles Zitat von einem der oder dem erfolgreichsten amerikanischen Investor wahrscheinlich aller Zeiten, Warren Buffet, der Name ist hier unten eingeblendet und das vielleicht als Tipp, so sollten Sie Ihren Berater aussuchen, das ist noch ein Zusatztipp zu den Tipps, die ich in dem Buch veröffentlicht habe und zwar sagte Warren Buffet einmal, die Wall Street, also die amerikanische Finanzdistrikt, wo die Börse steht, ist der einzige Ort, an dem Leute in einem Rolls Royce vorfahren, um sich von denen beraten zu lassen, die mit der U-Bahn kommen. Genau. Also lassen Sie sich von Leuten mit einem Rolls Royce, in Deutschland ist eher Mercedes angesagt als Rolls Royce, Rolls Royce ist so ein bisschen komisch manchmal, also lassen Sie sich von erfolgreichen Leuten beraten, die seit 10, 15, 20 Jahren bewiesen haben, dass sie das können und dass sie für ihre Kunden Ergebnisse abliefern. Genau deshalb bestellen Sie jetzt das Buch Geheimnis vom Volkshochschüler zum Millionär, Tatsachenbericht aktuell, Link hier unten, viel Spaß und danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Zitat, Ihr Kalf Schütt. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.